Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien.TV. Mein Name ist Jens Rawe und das heutige Video ist im Grunde wieder ein Anschlussvideo an die letzte Woche. Und zwar, wir hatten ja in der letzten Woche darüber gesprochen, was passiert, wenn irgendwie besondere Dinge im Markt sind, dass man sich mit bestimmten Märkten einfach auch ein wenig auskennen muss. Und wir hatten das Ganze dann, ist ja auch hier ein bisschen diskutiert worden auf YouTube und auch ich hatte das Video in unsere Facebook-Gruppe gestellt. Und auch da gab es dann einige interessante Kommentare und ein Kommentar war dann so sinngemäß, ja, aber suchen sich denn quasi solche Ereignisse den entsprechenden Markt auf? Weil meine Aussage war, dass solche Extremereignisse, solche Black Swans in der Regel immer den übergeordneten Trend verstärken, beziehungsweise eben ganz selten mal den Trend drehen. Und wie gesagt, die Frage war dann, hey, aber sucht sich denn so ein Ereignis die entsprechende Marktlage aus? Natürlich nicht und aus dem Grund schauen wir uns mal an, was bei großen Ereignissen passierte und bleibt dran, gleich geht's los. Ich habe jetzt einfach mal Folgendes gemacht. Die These ist ja also, dass solche Ereignisse, solche Black Swans, die man nicht im Voraus berechnen kann, die man nicht erahnen kann, dass die in der Regel den bestehenden Trend in der Regel nicht umkehren, sondern einfach nur verstärken. Jetzt ist das erst mal nur eine Aussage von mir, ob die stimmt oder nicht. Das kann man sich jetzt empirisch untersuchen, aber dann müsste man sich jetzt erst mal überlegen, okay, was sind denn diese ganzen Black Swans, die halt auftreten können? Und deswegen habe ich einfach mal ein paar herausgesucht, die aus meiner Sicht meine These schon ein bisschen unterstützen. Wahrscheinlich, wenn jemand jetzt ganz genau sucht, würde er auch welche finden, die dem Ganzen entgegensprechen. Aber ich glaube, die Grundidee kann ich mit dem, was ich euch jetzt zeige, schon ganz gut darstellen. Wir gehen mal als allererstes ganz, ganz weit in die Geschichte zurück. Und ich wollte das immer schon mal sagen, wir gehen mal zurück ins letzte Jahrtausend. Wir gehen ins letzte Jahrhundert, wir gehen ins letzte Jahrtausend. Wir fahren mal zurück ins Jahr 1941 in den Dezember. Und zwar, ich habe das extra hier aufgeschrieben, am 7. Dezember 1941. Was war da? Wer hat aufgepasst im Geschichtsunterricht? Richtig, genau der Angriff der japanischen Flotte auf Pearl Harbor. Und das war definitiv, wir lassen jetzt mal wieder alle Verschwörungstheorien beiseite, das war definitiv etwas, mit dem man nicht gerechnet hat. Und jetzt kann man sich vorstellen, was ist damals passiert? Na klar, die Märkte werden eingebrochen sein. Schauen wir uns mal an, ob das stimmt. Also, wir sehen hier, das war der Tag, 7. Dezember, das sind hier Wochencharts, das ist der S&P 500. Und wir sehen hier, jawohl, das ist also der Punkt, an dem die Japaner Pearl Harbor angegriffen waren. Und ihr seht, wenn ihr euch mal den Chart so ein bisschen anschaut, der Markt war insgesamt schon in einem Abwärtstrend. Abwärtstrend. Also, an der Stelle hier zu sagen, dass wir einen Aufwärtstrend haben, definitiv nicht. Und ihr seht auch, dass dieser Ausschlag hier gar nicht so extrem war. Also, das hier war viel größer, 1940. Das könnte gewesen sein, vielleicht der Überfall auf Russland, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber ich glaube, 1940, ja, das könnte hinkommen. Ihr schreibt mir das garantiert in die Kommentare, was da war. Also, was war hier irgendwie Anfang 1940? Und ihr seht ja also, okay, das war jetzt gar nicht so dramatisch, aber es hat den bestehenden Trend definitiv erst einmal verstärkt. Okay? Wir bleiben einfach mal in Amerika. Johnny schaut gerade nach. Was war 1940? Angriff auf Russland? Bestimmt, oder? Wir melden es euch. Ich erwähne es ja im Laufe des Videos noch. Wir bleiben mal in den USA. Und da war natürlich der größte Black Swan, das ist ganz klar, den wir auch persönlich erlebt haben. Wir könnten jetzt noch Kennedy-Mord nehmen und viele, viele andere Dinge. Aber wir bleiben mal bei dem, was wir auch alle kennen. Wir gehen mal hier jetzt ein bisschen schon in die etwas neuere Geschichte. Und zwar, wir gehen mal ins Jahr 2001. Und im Jahr 2001, ganz klar, ist natürlich hier 9-11. Also, der 11. September, wir hatten hier die Woche, die am 7.9. endete. Dann hat in der nächsten Woche der Markt am Montag eröffnet. Und an dem Dienstag dann, am 11. September, war dann der Angriff auf das World Trade Center in New York. Auch bitte hier sämtliche Verschwörungstheorien jetzt mal weglassen. Und was ist passiert? Die Börse hat sogar zugemacht. Also, die ist gar nicht erst eröffnet worden. Blieb dann das erste Mal in ihrer Geschichte vier Tage geschlossen. Und eröffnete dann erst am Montag wieder. Und der Markt ging natürlich noch eine Woche nach unten. Dann war erst mal ein Tief drin. Aber auch hier seht ihr ganz klar, wir hatten einen Abwärtstrend. Also, das war nichts irgendwie mit Aufwärtstrend. Der hat es gedreht. Sondern in den bestehenden Trend hinein ist das Ganze dann nach unten gefallen. So, und jetzt habe ich mir mal angeschaut, okay, jetzt gab es doch aber danach noch mehrere Anschläge. Also, wenn du mal so eine Liste googlest, wo du sagst, okay, was gab es für terroristische Anschläge, findest du ja hunderte. Also, auch danach, davor. Und ich habe mir jetzt mal einfach die danach angeschaut, die ich auch aus persönlichen Wissen, also wo ich noch aktiv vor dem Rechner saß und weiß, okay, da ist was passiert. Und das war, ich habe mir das herausgeschrieben, am 7. Juli 2005. Und zwar am 7. Juli 2005 gab es dann den ersten Anschlag in London in der U-Bahn. Ich kann mich noch wie heute an diese Bilder erinnern. Und ich habe damals den Eurostox Future getradet, saß von meinem Rechner, rechts oben ein Fernseher. Und da liefen diese Live-Bilder im Börsenfernsehen von diesen Anschlägen in London. So, und jetzt gucken wir uns das mal an. 7. Juli 2005. Das heißt, wir gehen mal ins Jahr 2005. So, und was sehen wir hier? 2004. Wir sehen also erstmal, der Markt war zu dem Zeitpunkt nach oben gerichtet. So, und wo war jetzt der 7. Juli? Der war... 7. Juli. Der war hier. Also in der Woche war das hier. So, und da seht ihr, was ist denn da passiert? Da ist überhaupt nichts passiert. Und jetzt kann man sagen, ja, das war ja auch nicht so ein großer Anschlag wie in London. Und da gab es ja davor auch noch Madrid und so weiter. Ihr habt vollkommen recht. Aber ihr seht hier, der Markt war nach oben gerichtet. Der lief nach oben. Und das Momentum war so stark, dass viele Trader das genutzt haben, um da zu kaufen. Und ich weiß es halt noch, weil ich damals das auch gemacht habe. Ich war lang im Eurostox. Wollte meine Position vergrößern. Und dann passierte dieser Anschlag, der Eurostox ging runter. Das war ja mal an einem Vormittag. Und ich weiß, ich habe an demselben Tag weitere Eurostox Futures gekauft. Und der Markt drehte noch am selben Tag. Und es ging wieder nach oben. Und das war einfach nicht, weil ich da irgendwie Glück hatte, sondern weil der Markt einfach tendenziell nach oben gegangen ist. Wir hatten einen starken Aufwärtstrend. Und so wie ich haben ganz, ganz viele gedacht. Ich bin ja selbst immer nur so wie die Masse. Wir alle denken immer nur so wie die Masse, auch wenn wir immer glauben, schlauer zu sein. Aber wir haben die Emotionen wie die Masse. Und ich wollte einfach long in diesem Markt sein. Und deswegen habe ich diesen Rücksetzer genommen und habe entsprechend gekauft. Und umgekehrt, wer der Markt in einem Abwärtstrend, alle haben Angst, dann verstärkt so etwas die Angst. Wenn es nach oben geht, alle sind zuversichtlich. Okay, kurze Rücksetzer, aber das kriegen wir hin. Also wird da gekauft. Schauen wir uns andere Dinge an. Und zwar, wir gehen jetzt mal nach Japan. Weil auch da ist in den letzten Jahren viel passiert. Und da schauen wir uns an der Stelle mal dazu den Nikkei an. Den Nikkei-Index. Und zwar fahren wir da mal als Allererseits. Jetzt muss ich ganz kurz schauen. Wir gehen mal ins Jahr 1995. 1995. Vielleicht schauen wir uns erstmal einen ganz langfristigen Chart des Nikkei an. Wir sehen irgendwann hier, wir können sogar ganz genau sagen, wann es war. Nicht irgendwann, sondern ganz genau war das hier im März 2090. Hochpunkt am japanischen Aktienmarkt. Und dann ist das Ding ewig gefallen. Wir sind immer noch nicht hier. Und 1995, am 17. Januar, da schauen wir uns am besten gleich mal Wochencharts an. Und gehen mal hier ans Jahr 1995. So, 1995 gab es ein Erdbeben in Kube. Und wer von euch den Film Highspeed Money kennt, falls nicht, schaut euch den mal über die Feiertage an. Das ist ein genialer Film, da wird beschrieben wie ein Händler aus England und zwar Steve Neeson. Leeson, nicht Steve Neeson. Steve Neeson ist ein Schauspieler. Steve Leeson hieß der. Ich glaube Steve, ja. Der war Händler der Barings Bank und der hat in Singapur Nikkei Futures gehandelt. Hat immer kleine Feiltrades auf ein anderes Konto gebucht und so weiter und hat damit die alterbige Barings Bank ruiniert. Und dieser Tag hat ihm auch einen vollkommenen Schlag gegeben. Warum? Der war immer long. Der hat immer weiter gegen diesen Aufwärtstrend Futures gekauft. Und jetzt guckt er gegen diesen Abwärtstrend Futures gekauft und kam immer mehr ans Minus. Irgendwann am Ende waren sie pleite. So, und jetzt guckt euch das an. Hier im Januar war dieses Erdbeben. Wie war denn der Trend? Der Trend war nach unten gerichtet und bumms, bumm kommt das und verstärkt das Ganze wieder. Okay, und auch hier nochmal können wir sagen, aber hier war er doch in einem Aufwärtstrend. Ja, der hat schon ein halbes Jahr vorher nach unten gedreht. Und, wenn wir uns das wieder ein bisschen hier anschauen, insgesamt war das jetzt auch nichts, wo du sagst, hey, tierisch der Aufwärtstrend. Also, da ging es schon nach unten. Wir bleiben mal in Japan. Also, ihr seht, heute Geschichtswissen. Ihr geht heute raus, habt am Ende mehr Wissen und könnt noch auf einer Party mit eurem Geschichtswissen prallen. Wir gehen ins Jahr 2004. Ganz, ganz dramatische Geschichte. 26. Dezember 2004, der große Tsunami in Asien mit, ich glaube, 200.000, 300.000 Toten. Also, unvorstellbar, was damals Schlimmes passiert ist. Am zweiten Weihnachtsfeiertag hat ja hauptsächlich Thailand betroffen. Also, es war eine sehr, sehr, sehr schlimme Geschichte damals. Und auch das ganz, ganz klassischer Blacksword. Niemand hat das auf dem Schirm, niemand kann das erahnen. Also, da gibt es wirklich keinerlei Möglichkeit. So, jetzt gucken wir uns an, was passiert. Und zwar 2004. Und ich bleibe einfach mal beim Nikkei, weil der ja Asien, Japan macht wahnsinnig viel Geschäft mit Asien. Und deswegen ist das wichtig, was am japanischen Aktienmarkt passiert ist. So, und ihr seht hier. Hier passierte dieser Tsunami. Und was passiert? Es passiert gar nichts an den Aktienmärkten. Und warum? Weil der Markt 2003 seinen Tief gefunden hat im Nickel. Dann ging es hier hoch, dann lief der so ein bisschen seitwärts und danach ging es hier weiter nach oben. Das heißt, dieser Tsunami, so schlimm wie er war, hatte für die Aktienmärkte keinerlei Auswirkungen, weil es keinen Abwärtstrend gab. Wahrscheinlich, wenn wir uns jetzt den thailändischen Aktienindex anschauen würden, ohne Frage, den wird es wahrscheinlich runtergehauen haben. Aber den amerikanischen, den japanischen, nein, die hat es in dem Fall nicht betroffen. So, und letztes Beispiel, jetzt wieder in Japan. Wir gehen nochmal ein Stück vor, ins Jahr 2011. 2011, dieses Seebeben von Fukushima, die Reaktorkatastrophe von Fukushima, die ja dann dazu geführt hat, dass zum Beispiel Deutschland eben aus der Atomenergie ausgestiegen ist. Aber das ist jetzt nicht das Thema hier. Und was sehen wir da? Und da sehen wir zum allereinsigsten Male, wir schauen uns aber gleich in einem anderen Chart an, also der Markt war runtergegangen, ging wieder nach oben, lief gut und dann, bumms, kam dieses Ding hier. Und dann ging es wirklich deutlich nach unten und das war auch ein ganz schöner Rücksetzer. Also hier 20 Prozent, also da hat es schon einen wirklichen Rappler gegeben. Das muss man echt so sagen, das war halt wieder so. So, schauen wir uns das Ganze wieder an. Wir gehen mal nach Amerika. Was ist in dieser Zeit in Amerika passiert? Wenn wir uns das also im S&P anschauen. So, und da sehen wir, da gab es einen kleinen Rücksetzer und der Markt lief weiter nach oben. Warum? Weil wir in einem übergeordneten Aufwärtstrend waren. Und das ist natürlich, gerade glaube ich, das letzte Beispiel zeigt, dass meine Aussage, dass solche Ereignisse einen Trend nicht umkehren, wahrscheinlich nicht 100 Prozent korrekt ist. Also es wird schon natürlich Dinge geben, die auch einen Aufwärtstrend aus dem Nichts heraus drehen könnten. Also wir sind gerade ein Allzeithochs an den Märkten. Und wenn jetzt, wir denken jetzt mal ein gar nicht Mensch gemachtes, aber wenn jetzt zum Beispiel eine sehr große Naturkatastrophe in den USA passieren würde, oder also jetzt beispielsweise ein großes Erdbeben oder irgendetwas, oder keine Ahnung, am Himmel erscheinen die Aliens oder so, dann kann es natürlich schon sein, dass der Markt quasi aus dem Nichts heraus drehen würde. Aber wir müssen ja in Wahrscheinlichkeiten denken. Und wenn wir jetzt sagen, wir schließen jedes Restrisiko aus, dann musst du mit Börse aufhören. Und wenn du sagst, du möchtest jedes Restrisiko in deinem Leben ausschließen, dann musst du auch mit dem Leben aufhören. Weil das Leben ist nun mal auch Risiko. Und es macht auch mehr Spaß mit deinem bisschen Risiko. Und deswegen sollte man natürlich nie überhebelt am Markt unterwegs sein. Man sollte nie immer Vollgas fahren, sondern man sollte schon wissen, wenn man schnell unterwegs ist, um das jetzt mal auf den Verkehr zu übertragen, dann muss man natürlich auch auf der einen Seite gut fahren können und muss sich aber eben auch bewusst sein, selbst der allerbeste Fahrer wird eben, wenn er permanent 300 kmh fährt, irgendwann die Wahrscheinlichkeit haben, dass er verunfällt. Und deswegen musst du das für dich einfach so ein bisschen hinbekommen. Aber was ich euch eigentlich mitgeben möchte, ist diese übertriebene Angst, die immer alle haben. Wenn morgen was passiert, bricht die ganze Welt ein. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ist es ausgeschlossen? Nein, es ist nicht ausgeschlossen. Warum? Weil nichts auf dieser Welt ausgeschlossen ist. Also selbst, dass morgen hier das Alien vor der Tür steht, ist ja nicht zu 100% ausgeschlossen. Hat wahrscheinlich eine extrem geringe Wahrscheinlichkeit, aber ganz ausschließen könnten wir es nicht. Und deswegen, dieses Restrisiko, damit müssen wir aber einfach leben. Und Gott sei Dank müssen wir damit leben, weil wie langweilig wäre es denn, wenn wir das nicht hätten. Und deswegen nochmal die Aussage auch von letzter Woche, das A und O ist das Money Management. Wenn sowas passiert, dann holst du dir ein blaues Auge, vielleicht auch zwei, aber du wirst es überleben, wenn du dein Money Management im Griff hast. Aber zu viel Angst zu haben, mit zu viel Angst am Markt zu agieren, wenn du also auf den Platz gehst, weil du sagst, ich will nicht verlieren, das kannst du machen. Aber dann wirst du immer Mittelmaß bleiben. Zeig mir eine gute Fußballmannschaft, die auf den Platz geht und sagt, wir wollen nicht verlieren. Und dann zeige ich dir eine Mannschaft, die gegen diese Mannschaft gewinnt, nämlich die, die auf den Platz gehen und sagen, wir wollen gewinnen. Wird das immer funktionieren? Nein, wird nicht funktionieren. Weil für alle Bayern München-Fans, ihr wisst, die letzten zwei Minuten Champions League-Finale, auch sowas kann mal passieren. Aber nichtsdestotrotz gehe ich lieber mit der Einstellung auf den Platz, ich will gewinnen, als dass ich mit der Einstellung auf den Platz gehe, ich will nicht verlieren, weil dann brauche ich auch gar nicht dahin zu gehen. So, und jetzt haben wir, glaube ich, alle wieder ein bisschen Diskussionsstoff. Und ich finde es aber ganz, ganz wichtig und auch toll, dass wir uns mit solchen Sachen beschäftigen. Deswegen auch danke an den Fragesteller oder an die Fragesteller, waren, glaube ich, zwei sogar, dass ihr das gefragt habt. Sehr coole Sache. Und nächste Woche sehen wir uns dann wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Erfolg an der Börse. Und wenn ihr es noch sagt, habe ich was vergessen, aber wichtige Sache. Wenn ihr sagt, hey, okay, das ist cool, wie kann ich denn auf den Platz gehen, um zu gewinnen? www.optionsstrategien.com-termin. Trag dich hier einfach mal ein und lass uns über dieses Thema am Telefon sprechen. Trag dich mal ein und wir fragen dich mal, oder wir können dir in einem ganz kurzen Gespräch zeigen, ob du jemand bist, der gewinnen will oder ob du jemand bist, der Angst hat zu verlieren. Weil wenn du das bist, selbst wenn du das schon selbst für dich erkennst, wird sich dein Handel ganz dramatisch verändern und damit auch deine Ergebnisse. In diesem Sinne, viel Erfolg. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss, servus, macht's gut. Bye, bye. Tschüss, servus, macht's gut.